Frau Stärkli Belizarin, Sie waren das erste Mal in der Jury des Lehrlingswettbewerbs dieses Jahr. Wie war der Gesamteindruck der Projekte, die dieses Mal eingereicht wurden? Die Projekte, die wir ausgelesen haben, sind mir der Meinung, die haben sich abgehoben, weil sie in all diesen Kriterien gepunktet haben. Sie standen auch im Video persönlich und haben ihr Produkt verkauft und überzeugend übergebracht. Ich habe ja keine Vergleichsmöglichkeit zu anderen Jahren und mir ist aufgefallen, dass die Lernenden viele Ideen hatten, auch innovative Projekte eingereicht oder erarbeitet haben. Es ist uns sehr schwer gefallen, aus diesen Projekten fünf auszulesen. Meiner Meinung nach der grosse Vorteil, den so ein Wettbewerb oder so ein Anlass für die Lernenden hat, ist, die Lernenden haben die Möglichkeit, ein Projekt, das jetzt nicht mit dem Berufsalltag zusammenhängt, sondern wirklich etwas Zusätzliches zu erleben und wirklich auch einmal selbst organisieren zu müssen. Das ist sicher eine sehr wertvolle Erfahrung für die Lernenden. Nils Hindermann, du hast den Jurypreis gewonnen beim Lehrlingswettbewerb Zürich-Oberland. Wie viel hast du dich gefreut? Ich habe mich sehr gefreut, weil ich es überhaupt nicht erwartet hatte. Jetzt, wenn du ein Covid-Game entworfen hast, bist du auf die Idee gekommen? Zuerst war die Idee, ein Brettspiel aus dem zu machen, also auf lustige Art. Und dann wollte ich es noch digitalisieren, weil an dem habe ich am meisten Spass getan. Also man kann zwei, drei oder vier Spieler dort spielen können und jeder Spieler hat vier Spielfiguren. Man muss halt vom Start bis zum Ziel kommen und dazwischen wird man halt meistens aufgehalten. Ja, Elisa Spano, du hast den Jurypreis gewonnen vom Lehrlingswettbewerb. Was bedeutet dir diese Auszeichnung? Ich bin sicher stolz auf mich. Ich habe noch nie am Lehrlingswettbewerb mitgemacht. Du hast einen eigenen Schreibtisch entworfen und dann auch hergestellt. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Projekt zu machen? Ich habe in meinem Zimmer eine Ecke, in der so nichts hineinpasst. Und ich denke, ich mache doch etwas auf Mass. Was war denn die grösste Herausforderung bei deinem Projekt? Ich denke, die Planung, weil ich noch nie etwas geplant habe, von A bis Z. Ich habe aber auch sehr viel gelernt, bei allem für die IPA, also die Abschlussarbeit, ist sicher eine sehr gute Erfahrung. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was man dann auch noch einmal machen muss. Einfach etwas besser und ausführlicher. Du hast eine Modellflugzeugturbine gemacht für den Wettbewerb. Was war da die grösste Herausforderung bei deinem Projekt? Ja, das Ganze ist eigentlich, die Schwierigkeit ist, dass man alles berücksichtigt. Wie das Material temperaturbeständig ist, dass das Ganze sehr schnell anfängt zu drehen. Und dass da wirklich nichts passiert. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie bei einem Verbrennungsmotor. Also das Gas verbrennt sich oder der Triebstoff dreht sich aus. Und dann muss er wie hinten raus. Weil vorne kommt immer neue Luft rein und dann wird die Luft sozusagen hinten rausgedrückt. Und das, da hinten hat es dann so wie ein Rotorblatt. Und das führt dann dazu, dass das Ganze am Drehen bleibt. Und vielleicht noch als letztes, es hat ja auch ein Preisgeld gegeben. Weisst du, was mit diesen 500 Franken machst du? Da habe ich mir jetzt noch nicht so grosse Gedanken gemacht. Aber vielleicht eine Skiausrüstung für den Winter, weil ich sehr gerne Ski fahre. Oder auch etwas anderes, das weiss ich jetzt noch nicht genau. Wahrscheinlich werde ich mal essen gehen irgendwo und sonst einfach sparen. Da habe ich noch absolut keine Vorstellung, da ich nicht damit gerechnet habe, dass ich etwas gönne. Also das muss ich mir noch überlegen. Wollen. Wo hat die Pärsne Baby vor dir gut da erzählt? Ja. Das ist besser.